Am Sonntag, ORF-Premiere. Achtung, Märtyrer. Wir wissen, dass die Gruppe einen Anschlag plant. Wir wissen, dass es bald passieren soll. Wir wissen aber nicht, wo. Verdeckte Ermittlungen gegen Ken Duken. Kennst du den? Nee, kenn ich nicht. Da sind ein Haufen BKA-Leute unterwegs. Was ist denn hier los? Terroralarm in Hamburg. Tatort, Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2.